ja hallo hier ist euer mark es gab jetzt öfters die frage wie kann ich auf euren server join naja ganz einfach wir verwenden den handelsüblichen six launcher werden hier alle server angezeigt hier auf der seite einfach die einstellung übernehmen die ich habe und dann shop schreiben wenn man shop eingibt sind nur zwei server hier und unseres der mit den vielen leuten immer drauf ja doppelklick drauf das server passwort findet ihr unter forum hier runter zu user intern nun steht hier das server passwort das können wir ganz getrost kopieren hier einfügen und wenn ich jetzt auf join drückt kommt ihr direkt auf den server